Hey Yannick Kannst du dich noch dran erinnern? 2001 wurde eine Geschichte vom Blog anfing? Wer hätte damals gedacht, dass es so ein großes Ding wird? 2001 hast du den Namen erhalten, Hamster Und Jahr für Jahr hast du dich mehr mit der Shisha beschäftigt Jedes Jahr ein bisschen Wissen mehr Jedes Jahr ein bisschen Tabak mehr Und ich kann dir sagen, das Beste was dir geschehen konnte Ist den Blog aufzumachen Alle haben dich bewundert Alle konnten sehen was du tust in deiner Freizeit Und alle wollten es dir gleich tun Du bist das Vorbild für die meisten dieser Jugend Die meisten aus dem Shisha-Forum schätzen dich Genauso wie ich Alter Und deswegen hab ich dir ein Lied geschrieben Also Mann, hör genau hin Yeah, yeah, yeah Hamster, immer warst du für uns hier Und wir waren für dich da Jahrelang Unterstützung ist doch klar Klar ist auch, dass du einfach nur dieser Beste bist In der ganzen Szene gibt es keinen, der noch besser ist Du bist ein Kerl voll mit geiler Ideen Wie du dein Setup optimierst Klar, das wollen wir doch sehen Sehen wollen wir dich am besten jeden Tag Du bist dieser Shisha-King, den wirklich jeder mag Du, du bist klasse drauf Karriere ging auch steil bergauf Egal was andere sagen Hör nicht hin und scheiß was drauf Hamster, mach dein Ding und schau einfach nicht zurück Alle anderen Tester werden einfach mal so weggeklickt Haben wir Probleme? Ja, dann kommen wir zu dir Du zeigst uns wie es geht Ganz einfach kopier Hier, hier ist unser Unser kleines Dankeschön An dieser krasse Seite Wir wollen einfach keinen anderen sehen Janik, ich hoffe Du bleibst uns noch lange erhalten Ich jedenfalls werd jeden Tag bei dir einschalten Bitte bleib der, der du bist Und bitte bleib wie es war Janik, Alter, du bist heut schon unser Superstar Yeah Janik, Alter, du bist du bist Wir wollen einfach nichtento- Wir wollen baptizedigaount- Wir wollen deinem Leben Wir wollen die Shanghai-S quá Wir sind aufgebaut